Als ich mich für den Kurs angemeldet habe, wusste ich eigentlich überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Ich habe mich darauf gefreut, einen Weg zu gehen, der zu mir selber führt. Ich bin im Endeffekt aber den Weg gegangen, der mich noch so viel mehr gelehrt hat als nur das. Ich habe nicht nur angefangen, viel tiefere und intensivere Beziehungen zu Menschen aufzubauen, ich habe eigentlich gelernt, was es heißt, zu glauben. Das war eine sehr, sehr besondere Erfahrung für mich, weil ich bin konfessionslos und ich bin auch ungläubig aufgewachsen. Und für mich ist das alles eigentlich nur entstanden im Rahmen der Gemeinschaft, weil wir eben gemeinsam Gottesdienste gefeiert haben, wir haben gemeinsam gebetet und gesungen, wir haben gemeinsam Tagebücher geschrieben und wir saßen gemeinsam da und haben über unser Leben reflektiert. Und ja, mittlerweile jetzt nach dem Kurs verbinden uns eben nicht nur die unzähligen wunderschönen Ereignisse, sondern auch die monatlichen Kommunikgottesdienste, die uns immer wieder daran erinnern, was wir während des Kurses gefühlt haben und uns auch immer wieder daran erinnern, was es heißt, zu glauben. Und ich bin rückblickend einfach nur unglaublich froh und dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Und ich bin auch dankbar, dass ich so ein Teil dieser großen Gemeinschaft geworden bin. Und ich bin auch dankbar, dass ich so ein Teil des Kurses gefühlt habe.